Back nie weg, trotz Sommerpause sind wir am Start. Heute wieder mal wieder mit ein bisschen Basketball. Freiwürfe ist am Start. Ich spiele gegen Shaquille O'Neal, also dürfte ich nicht so schwer haben. Deswegen viel Spaß. Okay, das läuft jetzt so ab, dass wir jeder Freiwürfe machen. Fünf Stück. Wer die meisten trifft, ganz easy hat gewonnen. Wir dürfen den anderen ein bisschen dabei ablenken, aber wir dürfen ihm natürlich nicht so im Weg stehen. So, dann funktioniert es nicht. Aber ganz ehrlich, nach dem letzten Sieg von mir glaubt irgendwer, dass Andi das Ding heute gewinnen könnte. Wird schwer, wird schwer. Alright, Andi legt vor mit fünf Freiwürfen, würde ich sagen, oder? Ja, richtig, richtig, richtig. Erster. Oh. Brett, Brett, meine ich nicht. Ersten zu treffen ist immer gut. Zwei von drei. Ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Wir haben drei Stück gesagt, ne? Ja, genau. Drei Freiwürfe. Hau ab. Verschwinde, du Kobold. Oh, okay. Drei von vier ist, ähm, ich bin ja noch gar nicht warm. Habe ich einen Wurf zum Eingelfen? Natürlich nicht. Hatte ich einen? Hättest du auch als der Frank. Hätte ich, hatte ich einen? Nein. Kannst du eigentlich die binomischen Formeln jetzt? Hast du gelernt die binomischen Formeln? So. Lern doch mal die binomischen Formeln. A. Wie ist denn das? A minus B zum... Uuuuh. Sag doch noch mal. Hör mal den Ball, Junge. Hör mal den Ball, Junge. Hör mal den Ball. Hör mal den Ball. Hör mal den Ball. Hör mal den Ball. Ah, jetzt kommt Wind, ey. Ey. Ich werde schon wieder beschissen hier. Ist egal. Mach ich locker rein. Ich habe kurz meine Gott-Connections gecheckt und er hat Wind gemacht. Danke. Ich sehe nichts. Naja, musst du mal zum Friseur gehen. Oh, jetzt? Kennst du den, wann der zum Friseur gegangen ist? Kennst du? Kennst du? Uh. Machst du direkt weiter? Ich habe den Ball für dich geholt. Ist deine Haare in Ordnung so? Uh. Zwei von drei. Zwei von drei. Ich habe noch zwei Wurfe. Einen muss ich treffen, oder? Ja. Oh. Kannst nur noch ausgleichen, ne? Kannst nur noch ausgleichen. Bist du dann noch motiviert? Bist du noch motiviert? Hat der das Gameface? Hat der das Gameface? Kannst du mich bitte nicht anpassen? Das Spiel von 2011, wo er Meister geworden ist? Das hat er Meister geworden? Factchecker? Factchecker? Ist er Meister geworden, Factchecker? Ah, die Freiwurf-Legende hat mal wieder zugeschlagen. Und wie geht's dir, Scheck? Ey. In and out. In and out, ja. Wie sonst auch immer beim Sexy Time. Bist du enttäuscht? Scheiß Urlaub. Scheiß Urlaub. Was soll's? Leben geht weiter. Irgendwann revanchiere ich mich. Die Chance kriegst du. Vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen, abonniert uns, aktiviert die Glocke und checkt einfach mal unsere Patreon-Seite. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Wir hoffen, es geht euch gut. Vielen Dank. Vielen Dank.